Durch die mir vom intergalaktischen Rat höhere Wesen übertragene Macht erteile ich hiermit den Befehl zur Zerstörung des Planeten Erde. Wie ist der übliche Test, Kylie? Ein Erdling wird stichprobenartig ausgewählt, um zu beweisen, dass er die absolute Macht für Gutes einsetzen wird. Aber wenn er seine Kraft für Böses nutzt, dann wird die Erde zerstört. Angenommen, du könntest etwas tun, wodurch sich dein Leben zum Besseren wendet. Oh, das ist einfach. Dann will ich Catherine beim Bügeln sehen. Ich kann Dinge geschehen lassen. Na komm, zieht mich an. Ich muss einfach nur mit meiner Hand wedeln. Dennis, sprich mit mir. Rolex, Rolex, bitte, 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 alles anderes ist mir egal. Ich hätte nichts dagegen, mich an dir zu reiben. Ich könnte alle Probleme dieser Welt lösen. Hast du dir das gut überlegt? Hundehaufen, verschwende! Offensichtlich hat er keine Ahnung davon, wie man etwas Sinnvolles tut. Schenk mir einen großartigen Körper. Und einen richtig großen. So groß nun auch wieder nicht! Ich war selbstsüchtig. Ich kann Menschen glücklich machen. Lass jeden, der gestorben ist, wieder auf der Stehe. Nicht jeden, der jemals gestorben ist, geht's noch? Lass mich Präsident der Vereinigten Staaten sein. Oh mein Gott, zeigen Sie ein! Hier sind Ihre Besprechungsunterlagen für Syrien, das Haushaltsdefizit, Israel und der Nahosten. Achtung, Deckung! Ja, es klingelt! Es hat geklingelt! Tu einfach so, als seist du wieder ein dummes Tier. Ich liebe dich, Neil! Halt die Klappe, Dennis! Leg sie flach, Neil! Gib mir den Körper eines großartigen Mannes! Aber ich... Ich liebe dich, Neil! Ich liebe dich, Neil!